Ich bin Joachim Paul, Biophysiker und Pirat. Wir sind hier in einer Bibliothek, an einem Ort gesammelten Wissens, wo der Content für das Informationszeitalter oft noch auf Papier gespeichert ist. Das alles hier gehört ins Netz. Das meiste muss verfügbar gemacht werden, damit wirklich jeder Mensch darauf zugreifen kann. Wir Piraten kämpfen für den freien Austausch von Wissen und Bildung, für die Teilhabe am Weltwissen, für die Freiheit des Einzelnen und seine Entfaltungsmöglichkeiten und für eine solidarische Gesellschaft des Miteinanders. Das gespeicherte Wissen und Verstehen in unseren Bibliotheken ist dazu der Schlüssel und der gehört in eure Hände.